Was ist der Koran? Dieses Leben ist wie ein Labyrinth mit 1000 Türen. 1000 Türen. Und nur eine führt dich zum Erfolg. Eine rettet dich, eine, nicht mehr. Und dieser Koran ist die Karte dorthin. Sie lässt sich in diesem Labyrinth genau diese eine Tür finden. Ist das nicht auch genau das, worum wir Allah in jedem Gebet bitten? Eh, den As-Sarat al-Mustaqim, leite uns den geraden Weg. Was ist dieser gerade Weg? Es ist der Weg zu dieser einen Tür. Und Allah sagt, ja, ich mache das. Ich gebe euch etwas, mit dem ihr diese eine Tür findet. Weil er beantwortet dieses Gebet direkt in der Sura danach, am Anfang von Surat al-Baqarah. Alif la'mim, dhalikal kitabu la rayba fihi hudelil muttaqim. Alif la'mim, dieses Buch hier ist das Buch, ohne jeden Zweifel darin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Ihr wollt Rechtleitung? Ich gebe euch dieses Buch. Das ist die Antwort auf euren Dua. Jeden Tag bittet ihr mich. Und ihr habt die Antwort auf euer Gebet in euren Händen. Das ist der eine Ausweg aus dem Labyrinth. Sind wir uns wirklich dessen bewusst, was dieser Programm ist?